Hallo Leute und herzlich willkommen zurück zu Portal 2 Co-op Wusch, wusch So, da muss ich dir mal gleich Wie immer Der einzigste, der irgendwie bei mir Portal 2 Spiel, der uns überhaupt hat Jack Gregor Sound Dieses Spiel haben wir bei MMOGA.de gekauft Volls Marketing hier Ja, also, man darf ja wohl noch sagen, wo man es eher hat Ja, das ist ja noch nicht direkt Werbung Und jetzt müssen wir noch Werbung für Portal 1 machen, weil auch scheiße geiles Game, was auch gruselig ist Scheiße geil und gruselig, das ist Na, es hat irgendwie so Du erwartest es nicht, dass GLaDOS mit einmal spricht und dann diese scheiß Systemfehler bei ihr hat Und du erschrickst dir übrigens, wenn du im Dunkeln sitzt und alles Und es hat gar keine Wahn Er will sie beweisen, ja Ja, ich will, ich möchte sie nicht Aber sagen wir mal nichts weiter Kannst du deine auch beweisen haben, wie das letzte Mal Da war ein Peabody Danke Cool Danke, GLaDOS Aber ihr seid ein echtes Team geworden Richtig nahe gekommen seid ihr euch Ich kannte mal ein Team, das nicht noch mehr stand Aber ich musste einen von ihnen vernichten Ha, geil Hallo Darüber möchte ich lieber nicht sprechen Grüß dich Hallo Wand Ich hab die Wand gegrüßt Opfer Tür geht zu Brrss Ich renne irgendwie schneller Das kann aber auch täuschen, weil ich so lange Beine habe Ein FPS Ladebildschirme machen von Wieso, ich hab 70 bis 50 hier Jetzt hab ich über 100 Jetzt hab ich 7 Jetzt hab ich einen Einbruch Jetzt sind wir wieder auf 100 kurzzeitig gewesen Und jetzt spielen wir mit nem üblichen 5 FPS bei dir Ne, 60 Vertraust du Orange? Och nö Und wenn ich dir sage, dass du nicht der erste Teampartner von Orange bist Ähm, hier waren wir zuletzt Äh, ja, kleines Problem, meine Aufnahme hat grad gestoppt Festplatte voll Keine Ahnung Ich guck mir an kurz Lass du ruhig weiterlaufen und so, ne Macht ja Fun Ich lass mein Audio auch einfach weiterlaufen Weil ich's kann Ähm Ja, super Steam, weg da Ich mag dich nicht, Steam Stehen Ich bleib auch nicht Wo das die hier Ups Okay Computer Äh, ist er nur 2 GB frei? Was hat der denn? Ja, das reicht nicht Wie plant der denn für eine Aufnahme ein? Er plant nicht ein Er nimmt so weit auf, wie die Festplatte hergibt Und wenn du da noch 2 GB Reserve auf der Platte liegen hast Okay Lager die Naja, Ordner Ähm Deswegen hab ich immer alles gleich gerendert Zwischenlage Und deswegen hab ich eine externe Festplatte Mit 1,5 Tera nochmal, wo ich alles was schon hochgeladen ist nochmal drauf spiel Damit's nicht auf meinem PC rumliegt Okay Hast du keine 2 Festplatten? Doch Ich hab einmal 500 intern, wo System mit Spiel ist Und dann hab ich nochmal 500 Ich hab ja keine externe, ich hab nur 2 interne Ich hab auch 2 interne 2x500 Und Und Ich muss mir unbedingt neue holen, ey Die sind so scheiße klein Ich krieg gleich ein Disconnect, nur so Ja Und Disco Hast du ein Disconnect? Nee, nee, weil du wie es aussieht hier so aus dem Spiel wirst Also längere Zeit Jetzt bist du wieder Okay Ähm Wupp, da sind wir wieder Wenn auch Mit Bild, ja Ihr habt da ein schönes Zwischenbild, wenn ihr wollt Hab ich auch gemacht Obwohl Ihr könnt euch nicht entscheiden, habt ihr Pech So, wo, wo waren wir hier stehen geblieben? Nee, hier waren wir doch nicht, oder? Nee, stimmt, oder? Das hat ja ausnahmsweise irgendwie was gespeichert Ja, ich hab ja auch schon gefunden Hallo 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 Hallo, Abrund Orange, das hast du genau richtig vorhergesehen Ja Fuck yes, Orange Ich weiß ja nicht, wo ich das vorhergesehen haben soll, aber Ähm Hui Hi Ich will noch nicht lang Ich glaub ich will da lang Weg dich Weg dich Weg dich Hehehe Nein Hehehe 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 Oh, ich find's Green Vial In Logic Hehehe 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 Oh, irgendwo muss man doch mal seinen Spaß haben Möchtest du zurück? Du darfst jetzt deinen Spaß haben Ah, geil Und jetzt? Weißt du sehen Hehehe 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 Ja, ich würd' sagen, hier drauf Hehehe Ja, klar, ist doch die einzige Fläche, die ich hier seh Hehehe Achso Und wir kommen jetzt da rüber? Also, weißt du, wie ich sowas in der Regel... Oder... Oder... Hä? Hä? Ah, jetzt hab ich... Jetzt hab ich einen Plan. Oder war da oben noch eine Fläche? Ja, warte. Jetzt... Ich zeig dir jetzt unseren Fehler. Jetzt gucken wir nach oben. Ha! Genial! Der Fehler. Weißt du, was jetzt noch richtig arschig kommt? Das bringt's jetzt nicht. Lauf mal ein Stück. Hallo. Hi. Orange, nur zur Klarheit. Ich fragte Blue gerade, ob er dir vertraut. Ich vertraue dir. Du bist mein Lieblingstestsobjekt. Geil! Fuck you! Nee, wir müssen heute mal was schaffen. Ausnahmsweise... Ich bin ihr Lieblingstestobjekt. Scheiße! Ich glaube, ich muss mich halt schleudern. Ja, geil. Okay, ich fang schon mal an. Ich wollte meine Cola gerne drin behalten. Ja. Du bist nicht ihr Lieblingstestobjekt. Ich hab's geschafft, dass sie mich hassen tut. Stimmt, Blue. Das ist mir an Orange noch gar nicht aufgefallen. Ja, wie? Hässlich du bist. Ja, du bist hässlich. Und ein Kackbohn. Love you too. Love you too. Weeeee. Ja. Ähm. Denkfehler. Kannst du den Strahl irgendwo umkehren? Äh. Ah ne, weißt du, was du mal machst? Du machst mal dein... ...Portal, was du noch nicht hast, dort... Was ist da oben? Ja. Ja. Jetzt. Boah, das ist so... Wär jetzt so richtig arschig, wenn ich auf einmal irgendeine Taste drücke, um's wegzumachen. Und die Taste weiß ich bis heute nicht. Ich wollte dir nur sagen, da oben ist was. Hä, das killt mich einfach so, okay. Okay. Und das hat Bock dazu, mich zu kennen. Warte, warte, warte. Wechsel du wieder aus. Ich bin nur hin und her. Ja. Ich war grad abgelenkt. Weil... Very, very fast. Ja, ich war grad kurz abgelenkt. Rein aufgehauen. Hm. Wie immer. Mach wieder, mach wieder. Ich muss die ganze Zeit da oben nur gelb. Warte. Oh, fuck. Ah, jetzt weiß ich, was ich machen müsste. Ah. Jetzt hab ich noch einen Plan. Du, du, du. Danke. Okay. Wie wär's, wenn du einfach diesen schwulen Strahl nach da drüben leitest? Naja, warte gleich. Weißt du was, man kann doch einfach cheaten. Cheater! Hm. Cheater an die Wand. Sag das bitte mal. Ja. Wie komm ich da jetzt hin? Das wird mal. Oder musst du da drüben jetzt runter? Nö. Weil ich kann ja jetzt schlecht ein Portal setzen. Warte, ich kann dort irgendwas aktivieren. Was es bringt, ich weiß es nicht. Jetzt wird er sterben! Richtig, Blue. Orange hört dich nicht. Ah, warte. Was hat Orange? Wirklich? Ja, ich hab den dicksten. Jetzt musst du da rein. Mir das zu sagen war sicher nicht leicht. So, du springst dann in das Orangenteil. Und setzt es dann genauso wie ich. Und dann geh ich runter von der Portal. Dings. So, und. Abbe. Ich seh nicht. Nicht. Ups. Du bist so ein Arschloch, weißt du das eigentlich? Jetzt macht er dasselbe mit mir. Das zahl ich dir dreifach heim, das ist dir klar. Ja, klar. Ich hab noch ganz viele Teststrecken vor. Darf ich dich töten? Du bist so ein scheiß Idiot, weißt du das eigentlich? Du bist das Letzte. Dafür lass ich dich hier so durchgehen. Du bist das Letzte. Was? Alter. Jetzt mal ohne Scheiß. Guck mal hier, wenn du da rumguckst siehst du mich. Du bist so ein Arsch, wenn du das jetzt machst. Ich will diese scheiß Teststrecke endlich schaffen. Diesmal töte ich dich nicht. Los, Hungerkuh. Warte mal. Orange, fühlst du dich von Blue betrogen? Wenn er mir diese furchtbaren Dinge über dich erzählt. Hätte Blue das über mich gesagt, würde er nie die nicht... Hey, komm mal her. Ich hab was. Ich will dir High Five geben. Hm. Okay. Dann gibt's ihm die Eier. Am besten ginge dies, wenn ihr das nie wieder macht. Das ist ja langweilig. Wir dürfen das nie wieder machen. Oh. Shop Likewise. Have du alsoschaften gì? �� Go. Bubふふ schwierig. Pas auf euch als Peyibis.